und da werden wir wieder bei let's play co die wir müssen das machen und ich muss mich hier wieder ein finden hier in diesem schönen ort hier ist hier unten irgend jemand tatsächlich alter ich hab doch getroffen doch so du bist weg alter nicht und du bist sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön und tiger solange die nicht eingesetzt werden können habe ich keine kein problem damit mit denen ich hoffe da ist niemand sind das die sehen russisch aus dachte ich gerade und ja tatsächlich das sind russische du bist aber deutsch du auch deutsch ist nicht gut deutsch ist gar nicht gut ich dachte du bist tot aber auch nie anscheinend nicht ups ups s sorry ich brauche Munition um ja hallöchen ist hier jemand irgendjemand da hinten bist du aua 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 nicht so du hast dich gerade noch ein bisschen bewegt es hat sich nicht sofort ist das die mpc ah jawoll ah du bist ein russer ah ok ok das erklärt einiges das ähm da lang da hoch hier hier scheint es schön sicher zu wow nein doch nicht so sicher hier ist es ein klein doch nicht so sicher wie ich anfangs dachte da hinten ist auf jeden fall einer da sind sogar ein paar ja gut jungs geht nur nach vorne da habe ich gar nichts dagegen dass ihr mal ein bisschen die führen übernimmt zitat luftwaffe luftwaffe äh äh ach ja ok level zu ende koorts die many times before they their deaths äh the valiant never taste of death but once william shakespeare und julius caesar also die haben sich gegenseitig ähm irgendwie dieselben brichwörter gehabt und so ne verstehst du ja next level next level ja jetzt und es liegt toll dart mission und es geht gleich da weiter wo wir aufgehört haben und die machen gleich dasselbe wie vorhin und zwar nervige deutsche töten und bleibt doch mal still die alt also kein ich müsste höher sein damit ich auch ihre köpfe treffen kann oder sie müssen still stehen das geht natürlich auch und ach schade war ich zu wenig schnell sonst hätte ich den hier fast noch erwischt aber den da erwische ich so oder so den auch und den hier ach erwische ich auch und der bleibt sogar unten nachdem meine abwechslung habe ich noch ein paar freunde da ist noch einer und dem gibt es tatsächlich noch gut ein bisschen tot tot äh du 2 achja aua 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 ha kopf und weg feinde ausgeschaltet rück 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 ich rück vor ich bin ein russ das das rück 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 das rück 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 auch noch drei schüsse toll toll muss ich halt wieder die mp40 nehmen bleibt mir nichts anderes übrig da habe ich einfach keine Wahl wow Leute, 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 Leute ihr müsst die betreiben irgendwie du mit deiner süßen Knarre du mit deinem Scheiß im Deal und ich mit meiner Sniper nein, du gehst da nicht ran das kann ich dir gleich versprechen lass meinen Freund in Ruhe nein, du stehst nicht auf ich werde alles versuchen, dass ihr nicht aufsteht und du bist wie so einer mit einer Pistole so kämpft der mit einer Pistole ich verstehe die nicht, die Deutschen ne, ich verstehe sie nicht okay, da, 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 da ist noch einer zwei sogar au, das hat wer getan aber jetzt spürt spürt er nichts mehr und ähm ja, Leute, da ist ein Panzerfaust tja fail ja, okay, jetzt, äh komm, kill mich tötet mich weil mit null Gesundheit muss ich's gar nicht erst versuchen deshalb, ähm ja da ist ganz rum gelaufen bräuchte noch ne Knarre für weite Distanzen die hier will ich genau, danke sehr, danke sehr sehr höflich sehr nett sehr zuvorkommend und du bist ja tot ach, geh doch nicht weg geh nicht auf die Ziele Stellungswechsel auf die rechte Seite okay der will noch einen zweiten Nachschlag dickse natürlich ich bin heute großzügig okay der No Scope hat jetzt nicht so geklappt aber der und der umso besser äh, der, der das war einfach gescoped aber naja wer weiß schon was ich hier erzähle wer weiß das schon wow so viele Läufe zielen auf mich Stilenschuss tot kann sich besser klären in die Hand rein und das hat gereicht schön ist da noch jemand nein nein doch wow 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 ach fuck ja wenn ich Gesundheit wieder mal wie immer heißt man gewagt zu sagen fuck naja dann mach ich mal ne Aufnahbepause ist sehr kurz aber es ging wirklich darum um jetzt noch eine Folge raus zu bringen bis äh eben heute wo ihr das jetzt seht also bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal